Das Bundeskabinett beschloss heute, bis zu 300 Soldaten für Erwecksflieger nach Afghanistan zu schicken. Gleichzeitig sollen alle deutschen Streitkräfte aus dem Mittelmeerraum abziehen. Die Anzahl der deutschen Soldaten in Afghanistan soll die geltende Mandatsgrenze nicht überschreiten. Die endgültige Entscheidung dazu trifft der Bundestag am Freitag. Eine Zustimmung gilt jedoch als sicher.